29 Jahre ohne Titel. Ich glaube, es ist Zeit. Wir werden es gewinnen. Wir werden den Titel gewinnen. Das ist unser Jahr. Ich bin stolz, stolz dafür. 29 Jahre lang. Wir werden gewinnen, Mann. Wir werden gewinnen. Definitiv. Liverpool, bekannt als die Stadt der Beatles. Aber wer so durch die City geht, spürt, alles dreht sich hier um Fußball. Zwei traditionsreiche Vereine gibt es vor Ort, den FC Everton und den FC Liverpool. Der LFC der Liverpooler Football Club ist der erfolgreichste englische Klub im internationalen Fußball. Im Achtelfinale der Champions League treffen die Reds auf Bayern München. Doch das Duell wird fast zur Nebensache. Zu groß ist die Sehnsucht nach der ersten Meisterschaft seit 29 Jahren. Wir Lalloy-Supporten. Und wir kommen von Liverpool. Halle, 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 Halle! Oh, es ist huge. You can sense the air, the atmosphere. Es ist sehr tense, denn es ist so lange. Es ist 29 Jahre lang. Es ist ein langes Zeit. Ich habe mich aufhören, dass Liverpool gewinnen und gewinnen und gewinnen. Und die Zeit, dass wir gewinnen sind, ist zu lang. Wir müssen es gewinnen. Und das ist es. Die Stadt wollen es gewinnen. Oder die Evertonians wollen es nicht gewinnen. Aber wir werden es gewinnen. Schon jetzt, in seinem vierten Jahr in Liverpool, ist Jürgen Klopp bei den Fans eine Legende. Selbst zu einem eigenen Song in England hat er es geschafft. Ja, ja, ja Jürgen Klopp. You can pump it, you can crump it, you can jump it, you can thump it, you can clap, 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 let's all do the Klopp. Ja, er ist er, er ist ein legend in Liverpool. Not at the moment, Ich denke, er wird ein Legend für lange Zeit zu kommen, besonders wenn er die Liga gewinnt. Für die erste Mal in neun und schwanzig Jahre. Ich kann nicht genug sagen. Ich kann nicht genug sagen. Die beste Sache ist aus Deutschland. Er ist brillant. Ich liebe Jürgen Klopp. Er ist brillant. Ich liebe Jürgen. Ich liebe ihn, der beste Person in der ganzen Welt. Die beste Sache, die zuerst passiert. Except for Steven Gerrard. Klopp gilt momentan als der beliebteste Deutsch im Königreich. James Pearce ist Sportreporter für die Lokalzeitung Liverpool Echo. Kaum einer kennt den Klopp so gut wie er. Klopp ist der perfekte Fett für Liverpool. Er ist der perfekte Fett für die Passion und die Emotionen. Auch tatsächlich. Der Fettbewerb ist perfekt mit Liverpools Traditionen. Als Klopp beim LFC begann, hatte der Verein im Jahr zuvor die Meisterschaft gerade knapp verpasst. Nach 29 Jahren, in dem man den Titel nicht gewonnen hat, ist es ganz normal, dass die Leute sich nicht gewohnt den Umgang damit und einfach super Selbstbewusstsein durchgehen und Augen zu durchmachen. Die Jungs, man merkt das, es ist schon ein bisschen nervös, es knistert jetzt ein bisschen. Doch es ist nicht so, dass die Fans die Meisterschaft erwarten. Sie hoffen einfach sehr darauf. Noch sind zwölf Spiele zu bestreiten. Einige Anhänger bleiben daher vorsichtig. Ich versuche, positiv zu sein und nervös zu sein. Es ist eine Erinnerung, aber ich glaube, es ist auch ein Realismus. Du hörst nicht zu viel. Ich weiß, du hörst nur zwei Leute, die sagen, wir werden die Liga gewinnen. Aber es gibt nicht viele Leute, die das tun. Sie sind sehr kassierig. Wir waren schon vorhin. Und wir haben die letzte Hürde gewonnen, also ich bin ein bisschen kassierig. Kassierig Optimismus. In der Champions League trifft Liverpool auf den FC Bayern. Doch viel wichtiger wäre den Fans der Gewinn der 19. Meisterschaft. Ist es mehr wichtig, als der Champions League Titel? Ich glaube so, ja, ich glaube so. 29 Jahre, das ist zu lang. Die Champions League. Warum? Das ist der einzige Grail für uns. Im Moment sind wir gut genug und kassierig genug, um die Liga zu gewinnen. Und hoffentlich auch die Champions League. Spätestens am 12. Mai steht der Meister fest. Sollte Liverpool tatsächlich dann ganz oben stehen, gibt es in dieser Stadt kein Halten mehr.